Was? So Leute, guck mal ob es jetzt laggt bitte Guido. Ja, Stream ist noch nicht on. Doch, lai mal. So, Stream ist wieder an. Jetzt ist es on, jetzt ist es on. Entschuldigung, also ich sollte nicht mehr laggen, weil ich möchte das nicht. Guido, wo fahren wir denn lang? Bei Insel. Ja, wir müssen aber hier lang. Fahr doch da hin. So, ich bin einfach hungern. Guck mal ob es jetzt laggt. Äh, nein. Ne, schreib mal rein bitte. Danke. Einfach ein Fass in der Wohnung hier. Boah, was ich hab? Ich hab deinen Kopf auf mein Fisch. Auf mein... Ich mach Auge. Alter, wie viel das bringt. Oh mein Gott. Guck mal in deinen Stream. Ich guck dir ne ganze Zeit. Oh. Oha, und ich darf auch noch mehr essen. Ja, ich werd nie wieder hungrig, also... Wer jetzt nicht mehr als der Balken hat, der ist los. Du leckst das jetzt? Du hast nein gesagt, oder? Nein, es leckt nicht. Wie, ich hab meinen Stream mich selber geliked. Mhhh. Das ist ja peinlich. Mal gucken wie die Grafik ist. Ist gut. Ich guck mir die mal selber an. Ich kann wohl selber entscheiden, Guido. Du sagst mir nicht wie meine Grafik ist. Hast du mich verstanden? Okay, ist richtig scheiße. Oh mein... Gipf, mein Fluss. Ach schon, wir haben ja Lenkrad. G29 von Logitech. Genau. Leggen tut nichts mehr. Zuschauer, bin ich bei... 4 Stück. Weißt du worauf ich Bock hatte? Diese Kontraband-Polizei-Simulator. Ja, aber das kostet Geld. Du kennst das? Ja, ja. Das sieht cool aus. Kostet nur 17 Euro. So wie Satisfactory. Ich mag Kekse ein bisschen, auch da ich jetzt so eine Frage an dich. Kannst du mir Geld spenden. Nein, nein. Das ist was anderes. Oh, 17 Euro. Ehhh. Gehen. Kilo, mach mal Angelo, Angelo. Angelo, Angelo. Also ich könnte einen Motor machen. Aber wir haben ja schon noch einen Motor. Ja, ich bin grad dabei noch einen zu machen. Ich hab jetzt 17 Flanken reingepackt. Wieso denn noch einen? Das reicht doch. Nö. Das tut's nicht, weil wir uns drehen. Wir brauchen auf beide Seiten einen. Nein, ich hab gelenkt. Ach so. Aber der ist ganz schön langsam. Der braucht einen zweiten. Nein, ich hab doch... Warte, lass mal kurz vom Server. Ich will dir ja mal... Lass mal kurz vom Server. Warum? Ich will dir das andere zeigen. Die andere Seite. Hast du gespeichert? Ja. Sauber. Gut, dann zeig mal, was du zeigen willst. Wir haben hier im Stream ja bis in... Wir haben ja im Stream auf der anderen Map gespielt. Und dann hab ich ja das hier gebaut. Sekunde, es lädt. Sekunde, es lädt. Es lädt immer noch Sekunde, Guido. Ich hab gesagt Sekunde, Guido. So. Hilfe, es. Ja, und dann sieht's hier so aus. Sind das alles Motoren? Nee. Übertreib doch, Alter. Das hab ich ja gebaut. Ich bin hier sogar auf dieser komischen Insel. Übertreib doch. Ich weiß gar nicht, wie das da ist. Aber... Übertreib doch. Es bringt nichts, wenn du mehr Motoren hast. Es gibt nur eine Sache. Und zwar kann man... Kann ein Motor 100 Planken schieben. Ja. Und wenn... Du brauchst halt nur einen Motor. Wenn du mehr als 100 Planken hast, dann brauchst du halt zwei Motoren. Weil es bringt... Du kannst nicht schneller werden. Ja. Das ist egal. Ne, das wollte ich dir zeigen. Es war ein bisschen laggy auf dem... im Server. Okay. Welche haben wir hier... Ich weiß nicht welchen gestartet haben. du bist einfach das also? Ja. Ich weiß nicht. Ja. 어� nicht ganz genau. Das ist doch noch kein... Das ist doch noch nicht... Ob ihr mehr Bock auf Satisfactory oder auf diese Kontrabandsimulator hättet. Das hat gelangt. Kontrabandsimulator. Ey, warte. Satisfactory könnten wir aber auch zusammenspielen, ne? Kontrabandsimulator. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Macht doch Motor wieder an. Das ist, ähm, Kontrabandsimulator ist Singular. Digga, Singleplayer. Singular, Junge. Oh, und, ähm, Satisfactory wäre dann halt Multiplayer. Ne, halt, äh... Plural. Plural. Genau. Die Zuschauer denken sich so, ne, ich hatte doch vor zwei Stunden Schule. Jetzt fängt er mir wieder damit an. Kiro, fang. Ne. Fang meine Haare. Warum hast du jetzt zwei einmal? Ich hab dir doch gesagt, dass das nichts bringt. Nein. Du fährst mit dem einen rückwärts. Du... Aaaaah. Hehehe. He? Das ist wieder typisch Christian, ne? Nein, das ist nicht typisch Christian. Doch. Nö. Okay, dann nicht. Okay, dann nicht. Ein bisschen. Wieso, ich fülle aber Holz, jetzt g'nah nix. Hehehe. Sonst... Sonst kommen die... Sonst gehen doch die Motoren gleich weg, ey. Rar. Ja, da haben sie nicht. Gido. 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 Warte, wir haben neuen Zuschauer. Wen? X auf 1. Was geht, Christs? Ey, wo? Mach doch etwas, Christian. Ey, wo? Chat. Was? Im Chat. Ey, ich seh das nicht. Bist du blind? Da musst du Augen aufmachen. Ach so, wartet Leute, ich hab den falschen Chat offen. Ich bin noch im anderen Stream. Deshalb sieht man nix. Sekunde, das muss ich ja alles wieder machen, ne? Ich hab's nicht gesehen, tut mir leid. Das ist eine Person, die dich kennt. Mhm, 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 mhm. Tut mir leid, dass ich nichts gesehen hab. Ronja ist auch noch da. Aha. Ja, ist halt da auch noch. X01 ist Stunny. Guck mal, ich mach eben Chat. Chat 9 Fenster. So. WhatsApp offen. Jetzt hab ich auch den Chat da. Es ist Dunkel Guido, 360 ins Bett. Stunny, hast du dir jetzt Minecraft geholt? Wer ist Stunny? Ja, komischer. Ja, mit dem warst du im Kino, oder? Ja, ja, genau. Hab ich immer alles im Podcast erzählt. Mann. Ja. Ja, gerne unten in die Videobeschreibung. Ja, true. Guck mal aus dem Podcast. Nee, nee, kein Zeit. Nee, nee, kein Zeit. Nee, nee, kein Zeit. Für das halt jeder Zeit. Ach so, du als Christian, oder? Ja. Ja, ich hab jetzt den Link für euch reingeschickt. Einfach draufklicken und dann könnt ihr schon, dann kommt ihr schon zum Podcast. Da einmal draufklicken, dann auf Folgen. 50 Sekunden eben die Folge angucken, oder die ganze. 50 Sekunden braucht ihr einmal angucken, um bewerten zu können. Vielen Dank, das wäre ganz cool, wenn ihr das machen würdet. Also schlimm. Cheater. Der Motor ist aus. Wir müssten ihn wiederbeleben. Ich hab aber keine Plunks. Ich aber. Hatte. Kann man auch Palmenblätter reinpacken? Nein, guck mal nicht, ey. Ja, das wäre aber voll geil. Du, ich krieg die ganze Zeit nach. Wer schreibt mir denn die ganze Zeit? Ich war's schon. Nein, du warst es nicht. Doch. Nein. Snap. Snap. Ja, ich hab die gesnapt. Weil ich hab ne Suppe. Ich, ich esse die Suppe. Ich hab nur Suppe gegessen. Um 5? Nein, um 4? Machen wir den Raunen. Ich hab doch einen Snap bekommen, ne? Ich schmeiß mein Fenster aus dem, äh, ja. Mein Fenster aus dem Handy. Fido, nein. Fido, nein. Ich, ich schmeiß mein Fenster aus dem Handy. Fido, nein. Doch. Hilfe. Ist nicht mehr zu helfen. Huh. Wir sind viel zu schnell. Ich komm nicht mehr aufs Floß. Tja. High Speed Mode Activate. Lass mal schlafen. Bis Dixi. Habt ihr jetzt, Stani, hast du jetzt auch auf mein Podcast gefolgt? Du musst mich immer eben hinstellen. Ich kann das dann immer im Alter nicht mehr so lange so sitzen. Achso. Weil ich so ein bisschen älter als ich. Boah. Ich hab mein Fenster aus dem Handy geschmissen. Merkste, ne? Ja. Ich hab mein Fenster aus dem Handy geschmissen. Ey, hast du schon ein Podcast-Video gemacht? Hä, klar. Heute ist doch auch online gekommen auf YouTube. Ja, und Spotify. Und Spotify. Ja, ich hab den Link doch da oben hingeschickt. Boah. Ey, kenn ich den Typen? Stani, ne. Junge, 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 Junge. Wie heißt der denn echt? Mit Namen? Ey, Stani. Also, seinen Eltern haben ihn Stani genannt. Also, er heißt Stani Mir. Er sagt jetzt? Ja, hä. Digga, was ist das für ein geiler Name? Ich bin dann von Trosten. Wieder hinsetzen in meinem Alter. Aber hab ich jetzt genug gestanden. Es hat's geleckt. Ja, es hat grad wirklich geleckt. Was hast du gemacht? Ich hab Dinge runtergeladen. Hm. Die lagen sechs Palmen... Sechs. Sechs. Sechs Palmenblätter. Palmenblätter. Wir leben schon 20 Tags. Wie lange fahren wir noch? Zu lange bis wir da sind. Nee, wie lange reichen die Planken noch? Sorry, das ist... Hier passt noch. Da hinten... Ja, passt noch. Wir haben noch lange. Oh, ich seh die Insel. Ist das die Fette mit dem... Ist das die Bären? Ja, das ist die Bären. Da warst du nie drauf, ne? Nee, weil ich... Durftest du nicht. Hat misgeleckt. Durftest du aber nicht. Durftest du dich ein Verbot bekommen von Papa. Von Papa. Von Papa. Und Satisfactory darfst du kaufen, ne? Oder? Oder? Du... Nein? Dann... Ver... 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 Aber das ist jetzt wirklich... Du hast gar keine schlechte Verbindung. Ja... G... O... G... O... Ja, ich darf wahrscheinlich... Ich darf ja auch The Forest kaufen, aber es lohnt sich für mich einfach nicht The Forest zu kaufen, weil ich das nie spielen werde. Ach so, du Kleiner. Das klingt so cool. Ne, das war halt nicht cool. Boah, wir müssen aber irgendwo hin, da in die Lücke müssen her. Ich bin jetzt... Ich bin beim Flugzeug. Warte. Beim Flugzeug. Ich wusste halt nicht, in dem Podcast haben wir darüber geredet, diese Schokoriegel bewerten. Er meinte so... Ja, äh... Das ist so, das machen manche YouTuber. Ich wusste nicht, dass es direkt so von... Stach, das machen viele YouTuber, aber scheinbar machen das nur Paluten und Jim Let's Play. Und ich wusste das nicht. Ich hab sogar im Podcast gesagt... Du, ich wusste das von Paluten und... Das ist wahrscheinlich von anderen Leuten. Ja, aber doch nicht. Ich dachte von mehreren anderen Leuten. Ich wusste nicht, dass die das machen. Ne. Ne, die machen das. Ich hätte auch was sagen können. Wir sind... Wir sind jetzt im Flugzeug. Hallo, guten Tag. Christian, lies doch Chat. Hey, hab ich doch. Ich hab... Ich hab doch gesagt. Ich hab doch... Hat kein Zeit zu kaufen, so weißt du. Ja, ich hab auch. Ey, äh... Und das da drüber hab ich doch auch vorgelesen. Oder gesagt. Auf eins. Hör zu. Ich hör, hä? Zuschauer... Ich hab sogar Zuschauerballerlech. Hehehe. Lass mich steuern, du da. Kannst das nicht. Dann müssen wir dazwischen rein, ne? Sind wir zu fett? Ja. Dann müssen wir hier vorne parken. Halt in die Lücke. Wir können ja auch rückwärts rausfahren. In der Weihnachtsbäckerei. Digga, was will dieser komische? Mach mal kurz. Ich muss kurz rausdappen. Okay, ich geh jetzt Podcast-Video gucken. Nicht gucken. Hören auf Spotify. Aber auf YouTube liken. Dankeschön. Komm mal ans. Komm mal ans. Et man. Abfahrt. Wir können. Sekunde. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt offiziell auf der Insel angekommen. Warte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Ich bin eben zu meinem Piloten geworden. Hört man das im Stream? Ja, na klar. Ich bin jetzt. So. Wenn man jetzt im Chat Ausrufezeichen Podcast schreibt. Dann sei mal bitte leise. Dann. Okay. Das hört sich richtig scheiße an. Passiert gar nichts. Und ich frag mich. Warum? Ach. Ich hab nichts. Doch. Es klappt. Es dauert nur eine Stunde. Ich hab nichts. Eineinhalb Stunden. In. Ich erwarte ihn. Ich muss eben guten Tag sagen. Mein Buru, der Skaraubik hat wieder nach Hause. Ich glaub, wir sind drauf. Ähm, Chef. Ich muss aber eine halbe Stunde ungefähr weg. Also ich lohnt sich glaube ich jetzt nicht mehr auf den Insel zu gehen. Dann bin ich für eine Stunde weg. Bis 17 Uhr. Und dann bin ich wieder da. Chef ist nicht einverstanden. Wann musst du denn. Wann musst du denn. Ausmachen. Also. Jetzt war ich eigentlich schon. Wann ich jetzt. 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 Ja. Ungefähr irgendwie jetzt schon. Ja. Dann verrisse ich los. Ja. Mach ich jetzt auch. So. Ich wünsche keinen schönen Tag noch. Ja. Bis gleich. Bis. Eine Stunde hast du gesagt. Bis 17 Uhr bin ich weg. Boah. Was soll das denn? Hilfe. Alter. Ähm. Ich glaub ich ban jetzt hier den Stream. Ne. Wir machen das später in einer Stunde. Machen wir wieder einen Stream aus. Du brauchst dich Guido ersetzen. Alles gut. Ähm. Weil ich will mit Guido auf die Insel. Ja. Ähm. Ähm. In eine Stunde dreißig. Oder wie viel Uhr ist es? Ja. Stunde dreißig. Wenn Guido wieder zu Hause ist. Ich weiß nicht. Er braucht wahrscheinlich so 10 Minuten nach Hause. So ein. 5 Uhr 20. 17. 20. Ähm. Mache ich dann wieder glaub ich. Vielleicht Streamer. So zu 90 Prozent. Und ja. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann. Ähm. Im. Stream um 17. 20. Ähm. Schaut gerne. Hier ist noch der Link. Der steht da noch. Ähm. Zu unserem Podcast. Ist wirklich gut geworden. Entschuldigung dass ich so viel Werbung heute gemacht hab. Und ja. Like. Und Abo. Und ja. Bis 17 20.